servus leute und herzlich willkommen zu diesem neuen video ihr seid bei dem e-mobilist gelandet und heute geht es bei mir um eine welt neuheit ihr seht schon im karton das ist 10 ways bike drin aber nicht das 10 ways hast du schon kennt nämlich das cgo 600 sondern hier ist jetzt das ganz neue cgo 800s drin design for comfort das ist ein tiefeinsteiger ebike mit gates riemen mit einem schön integrierten display im lenker mit ledergriffen und einem bequemen sattel und noch vorderfederung also dementsprechend eigentlich alles mit dabei was man sich bei dem tiefeinsteiger wünscht und das zu einem sehr günstigen preis und wir haben ja schon bei dem letzten tenways gesehen dass tenways tatsächlich nicht zu viel verspricht dementsprechend bin ich wirklich sehr gespannt darauf ein sehr vielversprechendes bike und jetzt mache ich mit euch das unboxing diesmal in voller länge weil es so spannend ist los geht's ja also vielleicht ganz kurz mal hier noch ein paar details die ich hier schon mal auf dem zettel mit drauf stehen habe suspension front fork also front federgabel leder handlebar grips einen größeren sattel das ist sozusagen design für noch mehr komfort und hier hinten genau natürlich haben wir hydraulische scheibenbremsen vorne und hinten wir haben blinker mit dran flashing indicators dann haben wir eben ein richtig schön integriertes display im lenker mit drin wir haben gates carbon drive also gates carbon riemen und da ist also wirklich dann auch vom sensor her soll es sehr sehr gut sein wiegt nur 19 kilogramm habt maximal zuladung von 120 kilogramm das ist aus 60 61 aluminium und das gibt es jetzt hier in verschiedenen farben midnight black sky blue und pebble gray wir haben hier jetzt sky blue mit dabei und die batterie ist eine 36 volt 10,4 amperestunden lithium ion batterie ihr habt 250 watt motor hinten mit drin ja also und puncher proof tires also im prinzip alles was man sich wünscht und sogar der akku ist abnehmbar das schauen wir uns jetzt mal an wie das denn so aussieht in realität also anscheinend bin ich der erste in deutschland der dieses fahrrad hier zu sehen bekommt also ist tatsächlich wohl eine welt neuheit dementsprechend bin ich sehr drauf gespannt ja wenn wir jetzt hier reingucken sehen wir da ist der sattel hier sieht man schon da ist ein display mit drin im lenker integriert jetzt brauchen wir ein bisschen werkzeug und dann geht es los mit dem unboxing muss man fast sagen ich schneide wie immer den karton auf dann kommen wir da besser ran und dann ziehen wir uns das fahrrad einfach mal raus hier und schauen da mal rein ob das cgo 800s tatsächlich so komfortabel ist wie wir uns das vorstellen cgo steht übrigens für city comfort und s für series also wir haben die city comfort series die stadt komfort serie das 800 modell wie gesagt das 600 habe ich euch schon mal vorgestellt ich bin begeistert von weil das wirklich so von den komponenten her wahnsinnig günstig ist aber ja also bei den komponenten muss man sagen günstig vom preis her komponenten und günstiger preis das ist das was ich eigentlich sagen wollte und hier also das auspacken empfehle ich euch immer nehmt euch das messer schneidet euch dabei nicht aber schneidet einfach den karton da an der seite auf so geht es schon und dann kriegt man das fahrrad da raus ohne dass man sich im bruch hebt das ist der karton jetzt organisieren wir das mal ein bisschen um hier ist noch ein ziemlich großer karton drin schauen wir auch gleich mal rein und ansonsten das fahrrad so installieren also ich finde es sieht schon mal toll aus der lack ist wunderschön das display gefällt mir auch sehr gut hier ist das display eben im vorbau integriert ja das ist schon schick klar so eine voll integration die hat natürlich immer den nachteil dass sie keinen verstellbaren vorbau habt das ist vielleicht ein kleiner nachteil dafür ist einfach das display schön ausgeräumt ihr habt da nichts zusätzlich rumfliegen das sieht schon mal besser aus finde ich hier ist nochmal ein großer tenways karton da schauen wir auch mal kurz rein was hier drin ist vielleicht noch ein bisschen werkzeug aber auf jeden fall mal ein ladegerät dann hier ist noch eine werkzeugpackung drin pedale ladegerät das übliche dann brauchen wir gleich noch werkzeug habe ich selber ein paar reflektoren sind noch dran ich gehe davon aus ah ja genau wir haben hier also ein stvzu konformes licht vorne und hinten mit dran das ist schon immer wertvoll gerade in deutschland braucht man das ansonsten sollte man da so nicht auf die straße und und ihr habt ihr ja sogar noch blinker mit dran da bin ich auch gespannt wie die funktionieren also das ist schon ein bisschen zukunft würde ich mal sagen und jetzt haben wir natürlich auch noch eine integration das heißt über die app müsstet ihr dann auch noch vielleicht noch ein navi oder sowas mit ansteuern ich weiß aber nicht genau wie das ausschaut das schauen wir uns dann im test an aber es ist schon alles sehr vielversprechend auch gut verpackt hier natürlich ist immer sehr viel verpackungsmaterial dran das ist einfach so aber ihr wollt ja auch einfach ein Fahrrad haben was ja nicht verkratzt ist entsprechend billigt man das jetzt in sache nachhaltigkeit ist es natürlich nicht so schön aber ja muss sein hier sehen wir uns auch schon den Gepäckträger der sieht auch sehr stabil aus 20 kg maximale belastung hier vorne sehen wir jetzt übrigens auch schon die knöpfe also ihr habt links und rechts jetzt knöpfe hier mit licht an aus geht jetzt noch nicht aber das sieht auf jeden Fall auch toll aus dann versuchen wir mal hier noch das Vorderrad abzukriegen das habe ich hier mit einem Klettverschluss gemacht so das spulen wir jetzt einfach mal ein Stückchen vor machen mal ein Fast 4-Wall und sobald es dann wieder spannend wird melde ich mich jetzt melde ich mich mal kurz wieder also jetzt sind wir hier gerade am Vorderrad einbau mit Steckachse hydraulische Scheibenbremse natürlich das macht auch alles einen sehr guten Eindruck das Schutzblech müsst ihr vorne noch mit selber heranschrauben und ansonsten ist es aber bisher wirklich nur Verpackungsmaterial wegnehmen alles sehr einfach kriegt im Prinzip jeder gut hin die Bremsscheiben muss man normalerweise noch ein bisschen was einstellen aber jetzt hält soweit dass das Verpackungsmaterial ab ist und dass man eben auch den wunderschönen Rahmen sieht also mal wieder hier ein Rahmen ohne Schweißnähte das ist schon was ganz besonderes in der Preisklasse also ja da können sich einige deutsche Hersteller tatsächlich mal eine Scheibe abschneiden hier sehen wir auch den Gates Carbon Drive also den Riemen relativ lauter Freilauf aber das ist ja eigentlich auch ein Kollektivmerkmal so dann machen wir mal die Pedale noch ran die machen einen guten Eindruck mit Sandpapier drauf da einfach drauf achten wo ist links wo ist rechts also steht hier natürlich drauf ja da muss ich sagen Tenways das ist jetzt mal wieder hier ist so ein Fahrrad dass ich mich wirklich freue das letzte Tenways das fand ich auch super hat richtig Spaß gemacht mit dem zu fahren und das war wirklich überzeugend von der Qualität her deswegen bin ich jetzt hier auch sehr drauf gespannt was uns hier erwartet vor allem finde ich das einfach toll dass hier jetzt auch ein Tiefeinsteiger angeboten wird also Tiefeinsteiger sind natürlich so generell schon einfach nochmal eine Runde gemütlicher bequemer zum draufsteigen und wenn man das dann hinkriegt dass es trotzdem noch schön aussieht das ist schon was ganz besonderes und gerade hier bei den Tenways finde ich die geben Acht drauf dass sie an den richtigen Komponenten nicht sparen zum Beispiel am Riemen natürlich ein Gates Riemen und an anderen Komponenten die jetzt vielleicht ja also wie zum Beispiel der Motor das ist glaube ich hier wieder der der Maiweiß das ist natürlich jetzt kein Bosch oder nicht mal ein Bafang aber der letzte Maiweiß Motor der hat mich auch überzeugt der war auch sehr gut vom Fahrverhalten her schön leise und einen sehr guten und extrem agil ansprechenden Fensor hatte den mit drin das heißt also es muss nicht immer eine Marke sein damit es gut ist sondern es kann auch was Unbekanntes sein und trotzdem gut sein dann haben wir hier noch einen Ständer mit dran das finde ich auch toll so und jetzt fehlt uns natürlich der Akku da weiß ich jetzt nicht ob der hier mit dabei ist oder nicht aber ich zeige euch jetzt trotzdem einfach mal das Fahrrad so wie wir es jetzt hier sehen weil man kann eigentlich schon ganz gut erkennen wie es dann aussehen wird hier übrigens noch das Frontschutzblech auch aus Metall steht noch ganz schön Ten Ways mit drauf hat schon was ne also inzwischen würde ich mal sagen die Marke sollte man schon kennen und die kann man auch ruhig drauf schreiben ja 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 ja